Stromausfall, was mach ich? Ich muss erst mal meine Brille abnehmen, weil die beschlägt, weil ich so aufgeregt bin. Also man fühlt sich wie in einer Steinzeit und als Demonstration ist mal, wir haben zwei Lautsprecher hier und es geht nur noch einer. Ja, also es geht nur noch, der andere Lautsprecher ist schon ausgefallen, den Monitor mussten wir ausmachen und hier diese sogenannten Kartschächte, die sind normalerweise beleuchtet, die sind ausgegangen, die Lampen, geht nicht mehr, geht der nicht mehr und wir sitzen jetzt hier, der Michel, Gott sei Dank, gibt mir jedes Mal Updates, wie viel Strom wir noch haben, dann muss ich das nochmal sagen mit dem Notstromaggregat, normalerweise gibt es da fünf Balken, wir sind schon bei zwei. Ich schreibe mal ganz kurz Wetter, das geht ungefähr so, man hat hier ein iPhone mit einer Wetter-App, da steht jetzt drauf 28 Grad, an den Energy Berlin Studios am Ernst-Reuter-Platz, Taupunkt 19 Grad, gefühlte Temperatur sind 35 Grad. Wir haben noch zwei Balken, ich glaube Wackenfall kriegt das hin. Sie würden es noch besser hinkriegen, wenn sie Kunde bei uns wären, aber Wackenfall schafft das, ganz bestimmt. Wie viele Balken haben wir denn bei unserem Notstromaggregat noch? Nur noch einer, ich bin übrig von fünf und der blinkt. Okay, also der Michel ist da, kümmert sich um die Updates und wir wollen euch nur darauf vorbereiten, seelisch, dass es... Heeeeee! Jederzeit vorbei sein kann. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!